ULALA Defensivieren zuerst, okay Cafete Die Zwone, oder die Zwone, man weiß es nicht Das ist einer aus Marks Clan hier mit dem Punkt am Ende Wobei, hat er denn noch den Punkt? Weiß ich gar nicht Alter, der Gunnar hier wird am Randallieren Wer ist verfreilich? Oh nein, die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Woher bei mir höre ich ganz viel, hier ist voll die Post ab Ich bin grad während dem Ding einen Schritt gegangen und wurde aber trotzdem nicht markiert Ich hab so beim Feuern gehockt einen Schritt zur Seite gemacht Hat er nicht gewertet Hier von der Badseite kommt einer ADS deployed and ready to go Ach Scheiße Der oben ist in diesem Mittel-Oberlicht-Dings da Ich bin so tot Der Funk fließt von oben runter Hm Das war aber nicht Fuse Nee Er ist hier aber irgendwo Shit Kamera Die Spannung 4 eliminatiert Mission successfully Ich hab grad so ein paar Ruckler drin Ich hab gedacht Oh, 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 oh Noch schnell hier Hat ja funktioniert Ja, komm, Schluss geht mir fort zu sehr ruckeln Ja Aber diesmal hab ich das Ace-Way nicht kaputt gemacht Ich bin so froh, ich den Jekyll nicht verhört habe Das wäre schief gegangen Wie sahen wir eigentlich nur 4 Kills Haben die einen neuen gekriegt, oder? Ah ne, einer war ein Stake-Martin Der hat ein Team-Kill gemacht Einer war ein Team-Kill, richtig Stake-Martin Griefing melden Ist mir sogar aufgefallen direkt Aber er hat ihn nicht gemeldet Der Wild Wolf hat ein 200 dropping, Alter Dabei kommt es nicht auf die Größe an Das Ding ist halt Ich würde es dann einfach detecten und sagen Es geht ja an der zu zu viel Zeit über dem Krieg fliegt heraus Aber ich darf ja auch nicht an die Macht kommen Weil er hier gepostet hat 10 Sekunden left 10 Sekunden left Im Dach ist keiner Ob ich irgendwo Scheiben schlittern gehört Über mir sind welche? Hier im Tower kommen welche Hier, ein Dreh auf die Treppe Dropping weg Weiter hoch Heiße, Blitz hat mich Gehen die erst keine Chance mehr Uh, einen habe ich noch Du hast Blitz getötet Aber da ist noch ein weiterer Flores Im Tower Auf der Treppe Ich warte vielleicht mal, dass ich ein bisschen in den Raum reinkomme Ja Ah Wurde auch nicht Hier höre ich einen Am 2er Ping Es dürfte Flores sein Wurde, es könnte noch einer am Tower sein Vorsicht Alles noch Flores ist im Tower Hier ist auch einer Ja Beide kommen von da Beide kommen von da Züge rechts hinter der Wand sein Oh mein Scheiß Schrank ey Der Alibi Mark Gerettet Jeder Random heißt jetzt Alibi Mark Ja Aber was machen wir wenn der Mark dabei ist? Äh Schwierig Sonst stellt auch so spät abends nicht solche Mit der philosophischen Fragen Achso Vögel Na ja natürlich Das glaubst du ja wohl im Ernst Dass ich die Sackrate hier spiel So Rimm ist und bleibt der nutzloseste Operator am Angriffe Das ist selbst der Solaris hier Wie heißt das? Solis Sense? Ja meine ich den ja Da ist dasselbe Ähm Da ist halt der sogar noch lustig gegen Bang Bang ist es nicht Nö die sind da wo wir gerade waren Kommandant im Office Nicely done Der Biohazard Container hat sich befestigt Der Biohazard Container hat sich befestigt Geht sie? Da ist gerade den Gang Bang gelaufen 5 Sekunden Krasse Kamera Ja ne Ja ne Also der Hose hat nochmal einen geilen Butt muss ich sagen Ich dachte ich sterb jetzt Meine Drohne kann hier nur durchs Gitter gucken Ich hack mal eine Drohne Ich hack mal die Kamera hier Die gehört jetzt uns Warte 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 Gunnar Ich hack mal eben das Gitter Es gehört jetzt uns Hä? Wenn der jetzt gerade meine Drohne weg holt Das war deine Drohne? Ich dachte da guckt einer um die Ecke War die da hinter dem Gitter irgendwie auf so einem Ding gestanden? Ja ja genau Ja da war eine Bewegung und ich hab gedacht Die Bewegung mach ich weg Hey Mach's bitte nicht nochmal Mal sehen Mute Ich mach das Mute Gerät erstmal weg Ist hier sonst? Ist hier einer oder kann ich hier rein? Äh warte warte ich sie Mitchell ist auf der weißen Treppe glaube ich Hier ist keiner Gunnar Ich sehe jetzt wie es kein Auch am Pferd nicht Unsere Drohne Oh Äh hier am Gang ist einer Gunnar Vorsicht Da Ich hoff an Aber der kommt erstmal nicht Mitchell ist tot Ich geh mal zur anderen Seite Da ist noch eine Cam Die hack ich auch mal eben Ich kann versuchen Die sind alle verstrohlt Ach scheiße Letzte Oh Mist meine Drohne wurde gehackt Vorher kannst du da rechts sichern Mach mal die Tür auf hier Ja 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 Wenn wir da links zum Strogen hier Ich bin ja gar nicht Ash Alter Oh Gott mein Herz Wieso ist meine Ash Ladung Ich hab die aus zwei Metern auf die Holztür geschossen und die Holztür bleibt einfach stehen Geil Ich ruf an Ich bin neugierig Ich bin neugierig Geil Geil Ich bin neugierig Ich bin neugierig Die ist Ich bin neugierig oh Äh Hier sogar. Ja, alle drin. Alle druf und das Magazin leer geprotzt. Mein Headshot grad war so eklig. Oh, du hast mir Essen hingestellt. Sehr früh gemerkt, ey. Wann war das? Vor einer halben Stunde? Wahrscheinlich. Voll fokussiert, die aber arbeiten. Als das Match hier angefangen hat. Das hab ich nicht gekriegt. Nice, Rang 50 bin ich jetzt. Super. Und noch ein Alpha Pack oben da. Den Battle Pass Level meinst du, oder was? Ja, ja, genau. Ja, mein Level ist... Richtiger Level ist 306. Das wäre ein bisschen komisch, wenn der plötzlich wieder so ein Tief wäre. Ich wollte grad sagen. Aber vielleicht wegen deiner schlechten Reputation. 100 Level oder so. Oh cool, was ist das denn? Industriell. Das ist ein Totenkopf-Skin für Kapkan und so. Tut mir leid. Der Tipp. Das ist ein Totenkopf-Skin. Vielen Dank.